Burg Berg von Herstelle. Herstelle ist eine kleine Ortschaft. Herstelle gehört zu Beberungen. Herstelle ist heute ein Stadtteil von Beberungen im Kreis Höxter. Herstelle liegt an der Weser. Die Abtei vom Heiligen Kreuz ist gelegen auf dem Berg, nämlich dem Burgberg von Herstelle. Die Abteilung, die Abtei wurde gegründet 1657. Die Abteil vom Heiligen Kreuz steht an der Stelle des früheren Pfarrhauses von Herstelle. Und der Paderborner Fürstbischof Dietrich Aldolf von der Recke hatte nach dem Tod des Pfarrers im Jahr 1657 den Franziskanern, insbesondere den Minoritenbrüdern, diese Burg überlassen. Also die hat den Burgberg von Herstelle den Minoriten überlassen und die haben daraus ein Kloster gemacht. Denn die Minoritenbrüder waren aus Höxter vertrieben worden. Diese übernahmen dann den Schul- und den Pfarrdienst und so waren diese wichtig, dass das katholische Leben in Beberungen weitergehen konnte. 1824 wurde das Minoritenkloster im Zuge der Säkularisation aufgegeben und verfiel dann. 1899 entstand in dem ehemaligen Minoritenkloster der Vorläufer der heutigen Abtei, nämlich als Subpriorat der Benediktinerabtei von der Heiligen Anbetung im luxemburgischen Peppingen. Gut, der Konvent erwarb also die Klosterkirche und die Wohngebäude auch den Friedhof von der Gemeinde in Herstelle. Und so wurde 1924 durch eine Brewe von Papst Pius XI. die Erhebung zur Abtei genehmigt oder erfolgt und dann wurde sie eingegliedert in die Beuroner Kongregation. 1935 fand Konrad Adenauer für kurze Zeit Zuflucht in der Abtei, als er vor den Nationalsozialisten fliehen mussten. Die Benediktiner von Herstelle gründeten dann auch ein Tochterkloster, nämlich im Kloster Engeltal. Das Gästehaus St. Scholastica wurde 2004 eröffnet und außerdem ein neuer Klosterladen. Es gibt verschiedene Arbeitsfelder der Schwestern, das ist die Beherberung und die Verarbeitung von Gästen entsprechend der benediktinischen Regel. So kann man sagen, 2015 gab es 39 Schwestern im Alter von 27 bis 92 Jahren. Also der Burgberg von Herstelle ist heute Sitz eines Klosters mit einer Klosterkirche und einem aktiven Klosterleben.